Wow, im letzten Video ging es ja um Lederjacken von Chipsy und daraufhin haben einige von euch mich gefragt, ob es die Jacken nicht nur ein kleines bisschen günstiger gäbe. Und die gute Info ist, ja es gibt sie günstiger, aber nicht von der gleichen Marke. Aber vorher, bevor ich euch jetzt den Tipp gebe und meinen Outfit-Tipp dazu, noch eine kleine Info, wenn du das vorgehende Video noch nicht gesehen hast, dann klick einfach unterhalb vom Video auf den Link, schau dir das Video an, denn da bekommst du Outfit-Tipps an die Hand, wie du mit so einer Lederjacke einen richtig geilen Style kreierst. Die günstige Variante von einer Lederjacke nennt sich die Marke Onley. Onley hat natürlich nicht nur Lederjacken, aber die Lederjacken von Onley sind im Preissegment zwischen 50 und 100 Euro angesiedelt. Somit kann sich wirklich jeder so eine Jacke leisten. Und ich persönlich muss sagen, die Jacken, ich drücke jetzt eine Liste aus, die Jacken haben so einen guten Schnitt, dass wenn ihr sie anzieht, sofort passen. Und die Farbauswahl sind halt nicht nur schwarz oder braun, sondern es gibt sie auch noch in pink, in grün, in rot. Also da werdet ihr auch nichts vermissen. Es gibt da wirklich für jeden Geschmack etwas. Aber wie versprochen, bekommt ihr jetzt noch meinen Outfit-Tipp mit zu einer Lederjacke. Das Outfit nennt sich Leerlook. Und so ein Look kreiert ihr ganz einfach mit einem Vintage-T-Shirt, einer Used-Look-Jeans, beige oder braunen Dockers und einen richtig fetten Wollschal. Und natürlich dann noch eine Lederjacke dazu. Ihr braucht da bei der Farbkombination gar nicht so drauf zu achten, dass das alles stimmig ist. Das soll sich ruhig alles ein bisschen abheben, außer vielleicht die beige-braunen Dockers und, ja, der Klassiker, eine schwarze oder braune Lederjacke dazu. Und wenn ihr mit diesem Leerlook dann auf die Straße geht, verspreche ich euch, ihr braucht eine richtig große Handtasche, um die ganzen Komplimente da drin zu verstauen. Jetzt fragst du dich bestimmt, wo man solche Jacken am günstigsten kaufen kann. Kein Problem, klicke jetzt hier einfach auf die Jacken drauf oder direkt unter dem Video findest du einen Link zu meinen geschriebenen Artikeln dazu. Wie ihr wisst, ich mache zu jedem Video auch natürlich einen schönen Bericht. Und da drinne zeige ich euch die besten Shops. Und noch ein Tipp, wo ihr beim Marken-Shopping bis zu 67,9% sparen könnt. Und wie das geht, indem ihr einfach auf den Link klickt und euch es anschaut. PS, vergesst mich nicht hier oben irgendwo zu abonnieren auf mein Logo und gebt mir natürlich noch einen Daumen.